Ich mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Moin Leute, wir sind hier immer noch bei der ESL-Meisterschaft und diesmal bin ich mit dem Top-Lainer von Ortonet Attics, Scarface, hier. Und ja, gerade knappe Niederlage, mittere Sache. Was war los? Ähm, also ATA hat tatsächlich sehr, sehr gut gespielt. Sie haben vor allem mit dem Cockmaw in Game 2 und 3 echt, also sie haben sehr gut um den Ruhm gespielt. Ähm, vor allem im dritten Game haben wir einfach versucht, im Early Game das Game zu closen, aber es hat nicht funktioniert. Ähm, ich denke, Nervosität hat ein bisschen, so, hat da Impact gehabt auf alle Fälle. Ähm, ja, Scrims waren eigentlich sehr gut und generell haben wir gedacht, wir gehen in die Playoffs als ein sehr gutes Team rein. Und da ist es natürlich echt schade, dass man dann gegen ATA direkt verliert. Was habt ihr euch, also das interessiert uns bestimmt alle, was habt ihr euch bei dem Lux-Pick gedacht? Der ist ja dann doch eher unkonventionell bis jetzt gewesen. Also Lux haben wir immer gegen LeBlanc gepickt, das hat immer sehr gut funktioniert. Äh, wir haben uns auch gedacht, vor allem gegen Jender und Cockmaw ist das relativ gut, weil Lux beide einfach outranged. Und Lux, wenn Lux eine Q trifft, eben wirklich fast jeden One-Shotten kann, außer die Tanks. Ähm, ja, hat nicht so gut geklappt, war ein bisschen schade. Aber so generell, denke ich, war das auf alle Fälle ein guter Fick. Was ist schiefgegangen? Habt ihr vielleicht auch, also seid ihr ein bisschen dafür bekannt, dass ihr vielleicht manchmal tiltet? Seid ihr ein bisschen getiltet gewesen an einem bestimmten Zeitpunkt? Nein, also wir waren eigentlich als Team immer konzentriert, wir haben unser Bestes gegeben. Ähm, so generell, im Team tilte wirklich keiner von uns. Wir sind wirklich immer positiv, motivieren uns gegenseitig. Und, äh, Sase hat heute für ATR relativ gut gespielt, würde ich sagen. Was hältst du von ihm als Spieler? Also ich hab mit Sase tatsächlich vor drei Jahren in einem Team gespielt. Äh, da waren wir beide noch sehr, sehr klein, also von, ähm, eSports her. Damals hat er auch sehr, sehr gut gespielt, wundet mich tatsächlich, äh, dass er erst jetzt so entdeckt wird. Und, ja, das ist ein cooler Dude, mag ich auch gerne. Spielt auch sehr gut und, ja, ich denke, der hat eine, äh, also, Zukunftsvorsicht im, vor sich im eSports. Äh, diesmal ATN schon wieder nicht im Finale, obwohl es eigentlich alle gedacht hätten, ähm, woran liegt's? Wie kann das jedes Mal sein? Ich kann es tatsächlich nicht, ich weiß es selbst nicht. Also, ich denke, wir sind ein sehr gutes Team und, ja, wir haben einfach gechopt. Das war's. Jetzt Finale, Mimo gegen ATR, wer sagst du gewinnt? Also, ich denke, also, Maimo hat ja tatsächlich heute nicht so gut gespielt gegen ESG, aber das liegt auch daran, dass Quicktimer zwei Wochen im Urlaub war. Und Quicktimer ist normalerweise wirklich ein Spieler von Maimo, der wirklich manchmal einfach das Game alleine carriert. Und ich denke, dass er für die Gamescom sehr gut vorbereitet sein wird und Maimo generell auch. Und, ja, ich denke, dass Maimo das gewinnen wird. Und Maimo, die haben ja schon ein LCS-Team, deswegen geht's ja so gesehen nicht. Aber meinst du, die hätten auch das Zeug, in die Challenger-Series zu kommen, irgendwann? Also, ich denke, ein paar Spieler haben auf alle Fälle das Zeug dazu, aber ein paar wiederum auch nicht. Möchtest du Namen nennen? Also, ich würde sagen, natürlich, Abbe könnte auf alle Fälle Challenger-Series spielen. Das ist so der Spieler, der, wenn man auf Maimo schaut, dann sieht man einfach Abbe-Dage. Und, ähm, um den spielen sie auch immer und ich denke, da hat das Zeug dazu. Glaubst du auch, dass du das Zeug dazu hättest, irgendwann mal höher anzugreifen? Ja, ich denke schon. Ich bin da noch jung, ich bin vor kurzem 18 geworden. Und, ja, mal schauen, wie der Winter aussieht. Vielleicht kommen wir ja in die CSQ. Also, ich bin mir noch nicht sicher, wie unser Team aussehen wird. Aber ich hoffe natürlich auf das Beste. Da hört man heraus, dass du auf jeden Fall planst, bei Addex zu bleiben. Hast du da irgendwelche Zukunftspläne, die in eine andere Richtung gehen? Oder sagst du, Addex ist jetzt das Team, mit dem wir das schaffen wollen, soweit? Ähm, also nach dem Loss bin, also weiß ich gar nichts tatsächlich über unser Team. Wir sind natürlich sehr zerstört. Wir sind mit den Erwartungen reingegangen, dass wir eben weiterkommen. Ähm, ja, mich würde es natürlich freuen, wenn wir zusammenbleiben. Und ich würde auch gerne weiter bei Addex spielen, aber man kann es nicht wissen. Mit wem verstehst du dich am besten im Team? Also, da ich mit Fönnig die meiste Zeit verbringe, würde ich sagen Fönnig. Aber ich verstehe mich eigentlich mit allen sehr gut. Das ist sehr cool. Okay, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Und hoffen, dass ihr so zusammenbleibt, wenn dir das so gefällt. Und dann danke ich dir auch für das Interview und euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's!